Hallo Leute, es ist rattenkalt wieder und wir fahren jetzt zum Training von der Garde. Marie ist leider krank, die kann nicht, aber wir fahren. Bis später! Sie bereitet sich gerade seelisch drauf. Autospagat. Ja, sicher. Das ist neu. Das habe ich geübt. Autospagat. Ja, das hast du zum ersten Mal heute. Ich glaube eher weniger, dass ihr gleich ein Autospagat braucht. Wieso so ein schönes Spagat? Hallo, mein Auto! Das ist richtig klein. Da steht sie gleich. Jetzt hüttelt ich. 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 Jetzt hüttelt ich.